Moin Leute, Trimax hier. Nächste Runde Fortnite. Diesmal wieder dabei Fakes, den kennen wir ja schon. Heute auch zum allerersten Mal Big Spin. Der ist mindestens genauso schlecht wie ich in dem Game. Also jetzt hier von Clash Royale auf die Konsole Battle Royale Fortnite. Das Game ist übel nice, es macht so viel Spaß zuzusehen und auch zu zocken. Ich will jetzt hier nur unbedingt besser werden. Wenn ich das so ein bisschen hinkriege, Call of Duty Aim hier zu benutzen und mich langsam ein bisschen einzuspielen und auch mal zu checken, wie man was baut, dann kann das sehr interessant werden. Gehen wir hin, Jungs? Max sagt an. Äh, ich sag an, ja. Heute mal zur Flush Factory. Ja, jetzt kann man das versuchen, ja. Spät raus. Das ist das Ding da in der Ecke, ne? Ja. Jetzt. Jetzt. Ja, ich bin schon unterwegs. Toll, nixensin siehst du auch auf der Karte, wenn wir rausgesprungen sind. Schön. Gehtrecher, mach halt mal die Nacht durch. Ja, what the fuck, Leute. Äh, wir haben doch schon Samstag in 12 Stunden streamen. Ich hab halt tatsächlich einen Fernandrecher im Shop, das ist richtig nice. Ich stream mehr als ich schlafe, glaub ich. Ich gucke mal, was ich im Shop hab. Schaffen wir jetzt nichts neu? Ja. Wollen wir noch zwei Stück? Habe ich dir endlich gemerkt. So, ich bin jetzt durch da. Ja. Fakes halt überhaupt nicht. Ich hab gar nicht aufgepasst. Da bin ich Erster. Egal. Ich wollte hier hin. Ich wollte das Ding. Überhaupt nicht geschafft. Überhaupt nicht. Ach du Scheiße. Sag doch, warum musst du dir tausend Waffen holen und mich eskortieren. Ja, also ich bin drin. Aber hier landet bisher keiner, oder? Hier ist keiner mehr in der Luft. Ich bin perfekt in der Tür gelandet. Und die erste Waffe, nice. Ich hab vier Waffen schon. Vier, was? Wie bitte? Vier? Was? Ich bin noch gar nicht da. Ich check das nicht. Ich weiß nicht, warum ihr so weit fliegen könnt mal. Vier Waffen. Ich bin zu schwer. Alles klar. Verband und Munition. Hier ist irgendwo ne Chest. Irgendwo ist hier ne. Hier ist die Chest. Also bei mir ist auch eine. Ich hab auch eine. Noch keine Waffe. Dingster. Max, ich geb dir kurz Zeug hier. Immer hier meine Waffe. Ich bin bei den anderen beiden. Wir müssen rennen. Habt ihr das bitte gesehen? Alter, wir müssen jetzt los. Next, kommst du? Jo. Oh, da ist jemand gestorben. Da ist Loot. Ich glaub, da ist keiner gestorben. Das ist einfach so Loot. Ja. Das darf ich auf jeden Fall nehmen. Selbstverständlich. Ist bestimmt ne Falle oder so. Ja, ist irgendwas. Oh, ich krieg immer diese dummen Scheiß. Die haben wir noch nie eingesetzt. Oh Gott, Mann. Wieso? Oh Mann. Was denn? Ich hab das Gefühl, wir spielen hier, keine Ahnung, Marathon-Simulator. Ja, ne? Wir sind ja immer irgendwie... Irgendeine Waffe. Kann mir jemand eine Waffe geben? Noch nicht, ne? Doch, ich kann. Wir müssen erst mal sprinten, oder? Wie weit ist denn das noch? Ach du Scheiße, das schaffen wir noch gar nicht. Doch, das schaffen wir. Doch, das schaffen wir. Das schaffen wir eigentlich. Die Zone würde erst eine Minute verkleinert. Und dann ist von ganz außen. Hier oben rechts. Einfach die Hütte hier. Ich geh jetzt hier in die Hütte. Jetzt hol ich mir mal meine Waffe. Oh, es ist wieder ein Scheißschildtrank. Ja. Da ist aber noch was. Da ist noch was. Wir können ja schon mal weiterlaufen. Ja, lauft schon mal weiter. Geht auch nicht. Ich dachte, da wäre noch was. Bank. Wie lange brauchst du Bambus, um eine Sache abzuwerfen? Eine Sekunde. Echt? Ja. Dann gib mir mal was auf Distanz. Hier. Schnell, schnell, schnell. Okay. Das ist sehr freundlich, danke. Er ist ja in den Lauf gerufen. Er ist sogar angehalten und noch nach hinten gekommen. Oh Gott, jetzt wird die Zone kleiner. Wo fängt die Zone an? Ganz außen. Schaffen wir das? Ja. WTF wird nur immer die Hälfte der Strecke hingelegt. Doch, wir schaffen das. Die Zone wird überhaupt nicht kleiner. Da ist Bewegung. Da sind Leute. Da ist eine Granatenleute. Da ist jemand gestorben. Konzentrieren, konzentrieren jetzt Max. Also alle. Rechts von dir Max. Hinter dir Big Spin. Aufpassen. Ich habe eine Sniper. Wo? Ich habe eine MP, Junge. Da kann ich mich gleich vergraben gehen. Ich würde sagen, Scheiß auf die. Ich lasse das Munitione laufen, wenn er uns wiederholt. Noch einer. Ich kann immer noch ziehen. Oh, das ist die Munition, brauche ich. Ich habe guten Stuff hier bekommen. Lebt der noch? Lass es einfach weitergehen, einfach weitergehen. Einfach weiter. Der ist doch hier. Ich kann ja nicht laufen. Warte mal, wenn ich mich jetzt an der Decke rumbewiege. Komm. Das ist keiner. Ich habe dir einen 54er-Hit gegeben. MGM. Die kommen hier gleich hinter uns. Ich sage, ich bin der Letzte. Ich will nicht der Letzte sein. Seht ihr die? Oh, ich sehe niemanden. Bei dem Container. Bei einem Container. Ja, ich sehe hier rechts welche bei... Ich sehe keinen Container. What the fuck. Bei NE sehe ich welche. Ach doch, die bauen, die bauen, die bauen. Okay, ich sehe sie. Lass uns nicht mit denen anlegen. Lass alle zu Max, alle zu Max rüber. Lass die uns einfach überlaufen. Lass einfach überlaufen. Aber in die Mitte. Ich laufe weiter, ich brauche Loot. Bin eh gleich tot. Hab einen, hab einen ausgenommen. Ja, ich hole beide, damit die nicht wiederbelebt werden. Zwei sind down. Hab den anderen, hab den anderen. Du kannst durchlaufen. Okay, alles easy. Alles easy. Komm zu uns, Max. Habt ihr die gekillt? Dann kann ich da mal rein looten. Ja, die haben drei gekillt. Loot dir alles, was du willst. Okay, ich bin super Umwege gelaufen. Ich stehe gerade in den Sturm. Hier kann ich mir was wegwerfen. Ich habe ein zweites Sturmgewehr. Max. Oh, das ist... Oh, das ist... Das sieht gut aus. Oh, das sieht auch gut aus. Hier, gönnt ihr. Ich brauche Sturmgewehrmutation. Oh, dann hab ich... Ah. He. He. Ich hab auch noch ein gutes, ein anderes. Ey, da oben, da oben ist einer Leute. Siehst du das? Ja, ja. Ich habe eine Sniper. Und der hat eine 33er passiert. Ja, von mir auch. Dann ist der eben slow. Er muss jetzt runter. Ich snipe ihn. Hab ihn. Nice. Easy, Leute. Ich bin fast down. Ich habe 1 HP. Warum? Hier, hier. Wammos, wammos. Wir müssen jetzt wieder die Zone. Schnell laufen. Die sind hier doch überall. Ja, stimmt. Zone, Zone, Zone. Zone, Zone. Preisse. Der Sturm kommt. Der Sturm kommt. Einfach laufen. Oh, die sind viel zu dicht. Die knallen mich voll ab dann. Lauf. Der scheiß 10 Schuss. Wieso habe ich keinen Schuss in dem Gewehr? In die Zone laufen. Gott. Alle in die Zone. Einfach ohne Rucksicht auf Verlust in die Zone. So, Max. Jetzt komm, ich habe ihn. Wir haben ihn, ja. Richtig entspannt. Oh, mein Gott, da ist Loot. Was ist das? Oh, oh. Hey, hier ist ein Gegner. Aufpassen. Ich bin gleich da. Okay, okay. Das heißt, wir haben es geschafft. Oh, nein. Also, ein nice Sniper. Haben wir hier noch jetzt was richtiges für mich? Ist da ein Sturmgewehr dabei? Weißt du irgendwas? Was ist das? Was ist das? Da ist ein Pumpgun. Ich brauche, du siehst. Ich brauche Muni. Ich brauche Muni. Ja, ich brauche auch Muni. Lass mir mal die Muni. Muni, Muni, Muni. Irgendwann ein gutes Sturmgewehr. Oder Munition. Ne, ich brauche nur Munition. Ich brauche nur, ich habe ein gutes Sturmgewehr, ich brauche Munition. Es kommen gleich drei Stück von der Mauer. Da sind sie. Oh, Fake-Sack. Einfach neben der Mauer. Die sterben. Die sterben. Die müssen vorrücken. Hab einen, hab einen, hab einen, hab einen. Hab einen. Einfach auf die schießen. Ich bin down. Ich bin down. Ich bin down. Hab den anderen, hab den anderen. Ich bin... Ach, ach so, ja, komm. Wir müssen gleich wieder in die Zonen landen. Kann ich da looten? Es liegt mir noch einer? Wir sind direkt da. Ja, der ist noch nicht. Ich bin gleich. Warte, rette mich. Ratze nicht in Panik. Ich gehe jetzt hier rein und loote. Hier hinten kommt einer. Ich will jetzt aber nicht sterben. Pass mal auf. Ich nehme Verband. Ich muss auch kein Trots-Munition geben. Wir schießen. Hier ist irgendwo einer. Ja, eben, da hinten. Aber er muss hier noch durch. Ich habe... Ich gönn mir Verband zurück nach. Alter, ich habe richtig nice jetzt reingelootet, glaube ich. Ich auch, ich auch. Die hatten ja ordentlich viel, ne? Ich bin tot, ich bin tot. Hilfe, Hilfe. Komm zu mir, gekrochen. Von wo wurdest du abgeschossen? Fax, kommen wir zu dir. Ich helfe dir doch. Ich weiß nicht von wo. Krieg dich weiter. Hier, ich... Von da oben, von da oben, vom Berg. Die bauen da. Ach, die bauen da, fuck. Ja, einfach weiter. Wir gehen jetzt einfach in die Zone weiter. Wir müssen Big Spin, ich gebe dir erstmal einen fetten Medi-Koffer. Alter, danke. Kein. So. So, die denken, sie haben uns, aber die checken meine Sniper-Skills nicht. Ich habe auch noch... Die haben aus meinem Sichtfeld, wer ist da? Ich kann da weg, denn. Was macht die da? Ich hole den jetzt. Wir müssen gleich weiter laufen. Aber ich habe ihn getroffen. Alter, das ist ja nicht mehr. Ich passe schon auf. Wir laufen... Ja, wir laufen jetzt weiter. Weiter. Ja, wir müssen weiter, ja. Oh, ich bin getroffen. Oh mein Gott. Getroffen. Scheiß auf den, weiter. Kommst du nicht mal rein. Die Zone schießt in 20 Sekunden, Max. Oh mein Gott. Die hitten mich komplett. Alter, was ist... Du schaffst das, Max, du schaffst das. Einfach in dem Wald. Da können wir dich erstmal nicht holen. Ich konnte es gar nicht checken, dass ich getroffen habe. Wenn du in der Zone bist, Max, dann kannst du erst mal deinen Chill-Trunk benutzen. Digga, das sieht hier aus wie ein WoW. Was ist das für ein Wald? Ich habe mal in der WoW gespielt, aber das... Ich auch nicht, aber so stelle ich mir einen WoW-Wald vor. Wir suchen uns mal einen guten Spot. Wir suchen uns einen guten Spot, okay. 21 Leute noch. Mann, da wollte ich nicht los. Die Zone ist jetzt echt klein. Wir können uns einfach hier unter uns eben... Wir müssen hier kommen. Wir sind auch schon in der zweiten Zone, ja. Wir müssen hier herkommen. Hey, hier hat jemand was gebaut. Die sind hier einfach zu dritt. Was ist das? Einer down. Zweiter down. Hab alle, hab alle. Alter, Leute, hielt mich, hielt mich, hielt mich. Warte, ich hol dich, ich belieb dich. Max, wo bist du? Was war das, Alter? Ich leb noch. Nee, die haben sich einfach zu dritt in so einem Kasten verweigert. Ich mach den so auf. Ich dachte, da ist Loot drin. Oh, mein, was sind andere Gegner. Und da war Loot, da war Hubano-Loot. Bitte. Oh, ich brauch auch was. Boah, was machen die denn? Oh, ihr Schild dranknehm. Boah, ich brauch langsam Muni wieder. Ich baue uns mal ganz kurz hier ne Mauer, ne? Brauch gleich ne, ne Dings. Sieben, sechs, fünf, vier. Kannst du mich heilen? Nein. Fakes? Hast du irgendwas, was ich darf? Ja, nein. Ich brauch ein... Was brauchst du denn? Ich könnte das dir geben. Ja, danke. Schuss hat das alles nur. Das hast du mir nicht schon. Komm, das wird unsere Runde. Alter, ich hab voll Herzrasen, Mann. Das Game ist nicht gut, wenn man die Gesundheit ist. Das Game ist insane. Das geht ab. Die liegen vor allem alle noch zusammen. Eigentlich ist das geil, wenn man sich zusammenbaut, so. Also wenn man sich zusammenbaut. Ja, aber die Gegner wissen halt, dass wir hier sind. Wir müssen jetzt wieder weiter rein. Das hat sich gar nicht gelohnt. Das wissen die ja sowieso. Weiter rein, weiter rein, weiter rein. Ja, stimmt. Ist da was? Da ist was gebaut? Ja, da sind bestimmt Gegner dann. Warte, ich geh da hin, Max. Kommt du von der Ferne. Das ist jetzt fast die letzte Zone. Nur noch 14 Gegner. Also 10 Gegner. Weil wir sind ja vier. Ja, ja, noch 10. Also ich stehe hier auf dem Berg. Da bauen Leute. Ich sehe vor mir Leute bauen, aber die sind noch recht weit weg. Oh, da hinten. Was haben die sich da denn gebaut alles? What the fuck? Die bauen sich eine komplette Base. Das ist ein Airdrop. Wollen wir die einfach in Ruhe lassen? Wo ist ein Airdrop? Ähm, rechts. Rechts. Bei N. Ähm, kommt mal mit mir hier auf den Berg hoch. Wir sind perfekt in der Mitte. Die müssen zu uns kommen. Ja, ich werde auch hier so bleiben, ja. Oder mir. Nee, da wo ich hinlaufe. Digga, es leben noch 14 Leute. Wollen wir uns echt in die Mitte hier schon stellen? Es leben noch 10 Leute. Ich snipe die jetzt weg für uns. Leben nicht noch 14 Leute? Nee, vier sind wir hier. Ah. Anders musst du abrechnen. Oh, das sind ja voll viele geile Kisten. Ich snipe die ganze Zeit weg. Kommt da wo ich auf den Berg bin. Die kommen, ich schmerze gar nicht wohin. Ich schmeiß Granaten rein. Ich bin down. Die können uns doch gar nicht holen, ihr ist down. Ja, ich bin mit der Scyper reingegangen. Wir sind hier gut geschützt hinter dem Van hier. Ähm, Felix, hilfst du mir erstmal? Ich schmeiß eben Granaten rein, warte. Okay. Komm, ich komm. Hab ein, hab ein, hab zwei. Du hast zwei? Hab vier, hab alle. Er hat alle da weggeholt mit den Granaten. Nice. Alter, das gefällt mir. Mach weiter. Das ist stattgegeben. Stattgegeben. Alle Gegner mit Granaten killen, ist die erlaubt. Ich glaube ich so, irgendwie er verwendet Behördensprache. Hat jemand Hilfe für mich? Äh, nee, lass mal, sollen wir das looten? Oder sollen wir das in Ruhe lassen? Ich will looten, das ist... Lass in Ruhe lassen. Ja, looten, looten. Ich brauch hier. Ich brauch hier. Da ist einer. Äh, die schießen von W, von SW. Oh mein Gott, wir looten das. Wir looten das nicht so hart. Okay, wir looten das. Kommt. Wieso trifft das nicht? Jetzt nehmen wir noch fünf Gegner. Wir looten das so hart. Loote das jetzt. Also noch 18 Leben. Ich bleib hier schön auf Distanz. Da bewege ich kein Millimeter in die Richtung. Ich brauch Heel, ich brauch Heel. Wer will den Raketenwerfer? Ja, ich brauch den Medikid, ich brauch den Medikid. Wer will den Raketenwerfer haben? Hier ist ein Medikid. Danke. Hier ist ein Raketenwerfer, Leute. Oh nein. Da oben. Da ist jemand. What the fuck? Der ist oben drauf, der ist oben drauf. Ich bin da oben. Wir haben uns alle geholt. Was ist das denn? Der kann ich doch nicht alle holen. Ich hab mich verzogen. Wir waren alle low, wir waren alle low. Oh mein Gott. Max, hol den. Wir sind noch nicht ganz down. Schnell, du musst den holen. Wie soll ich das schaffen? Renn hier hin. Ich bin jetzt down. Ich hab ihn im Visier, aber er kommt. Oh mein Gott, ist das ärgerlich. Der ist ganz knapp nicht im Schussfeld. Ich bin hier immer noch am Leben. Max, ist Leben. Fakes kann ich reviven. Krieg ich zu mir. Max, du musst jetzt mehr in den Mod reingehen. Komm, das schaffst du, Max. Oh, ist das abgefuckt. Der Typ merkt mich nicht. Der Typ merkt mich nicht. Ich will die hier und scouten den. Nee, ich kann nicht scouten. Der läuft einfach über mir lang. Fakes. Fakes, ich bin bei dir. Der ist hier. Da vorne, da vorne. Da. Los, Fakes. Fakes, Fakes. Das wird nichts, die sind hier so offen. Du bist genau in der Mitte. Das wird was. Ich glaub an euch. Oh mein Gott. Leute, hier. Kommst jetzt irgendwo bitte schnell zu mir. Komm, Big Spin noch retten. Weift mich. Fakes, rette du Big Spin da. Ich berle mir ganz kurz aus rein. Danach geh ich zu Big Spin. Das schaffen wir. Alter. Es nimmt noch ein Dreier-Team. Alter, drei gegen drei? Ja, drei gegen drei. Fakes, vier, drei, zwei. Oh mein Gott. Easy. Medikit. Ja, ich hab Verbände. Aufpassen. Geht in die Zone. Ihr seid nicht in der Zone, richtig. 29 Sekunden. Ich bin wieder auf meinen geilen Berg. Der war super OP. Da ist ein Raketenwerfer. Da oben, da oben. Max. Oh, der aimt meine Ame. Kacke. Easy. Wo sind die, wo sind die? Noch zwei, noch zwei. Da schneid ich raus. Da schneid ich raus. Das kommt nicht auf den YouTube. Kommt. Drei gegen zwei, das schafft ihr. Einfach da drin chillen. Geht in die Zone. Geh auf den Berg da hoch, Max. Hinter dir. Was ist denn die Zone? What the fuck? Was sind die hin? Wo ist Max? Fakes, geht rein. Max ist oben. Ich bin schon oben. Kommt auch auf den Berg. Wo ist der oben? Oh, jetzt alles voll. What the fuck? Ich hab sie beide gesehen. Da sind die beiden. Ich hab sie beide gesehen. Zeit für ultimative Sniper-Skills. Wo seid ihr denn? Scheiße, ich kann das gar nicht. Max, die Koordinaten. Vor mir. Ich hab's geschafft. Was zur Hölle? Das Nub-Team. What the fuck, Alter. Wie lächerlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geiles Dank. Ich kann's nicht fassen. Als Team? Wie weinlich. Was ist das denn, Alter? Oh Gott. Wie konnte das sein? Bixfin hat heute angefangen, das Spiel zu spielen. Ich bin Ultra-Nub. Das habt ihr gesehen. Oh Gott. Was? Was ist das, Alter? Die anderen beiden kommen eigentlich auch aus der Call of Duty-Szene. Aber wir haben's geschafft. Epischer Sieg. Klapp-Eich. Dieser Raketenwerfer. Oh mein Gott. Was? Was? Geil ist das denn? Geil.